Herzlich willkommen zur Pressekonferenz vom SC Potsdam. Es ist Finalzeit. Wir haben in der Woche das erste Finalspiel Potsdam gegen Stuttgart erleben dürfen, wie schon in der letzten Saison. Es gab zwar die erste Niederlage, aber ich bin mir ganz sicher, wir werden hier trotzdem von viel Optimismus sprechen. Und zwar zum einen mit Kapitänin Laura Emmons, zum anderen mit Diagonalspielerin Annette Nemeth. Schön, dass ihr beide bei mir seid. Und Laura, wir starten direkt mal mit dir. Vielleicht die Frage vorneweg, was überwiegt aktuell bei dir? Ist es so ein bisschen der Frust, dass ihr das erste Spiel verloren habt? Oder ist es vielleicht doch eher die Freude, dass ihr überhaupt im Finale steht? Ja, tatsächlich beides. Natürlich war es ein großer Schritt für uns, ins Finale einzuziehen. Das hätte vor drei, vier Wochen, glaube ich, keiner gedacht. Und wir haben uns daraus hart rausgekämpft. Und ja, deshalb können wir, glaube ich, sehr stolz auf uns sein. Natürlich war es doof, wie wir das erste Spiel verloren haben. Aber es ist Gott so dank best of five und nicht best of one. Wir wissen, an was wir arbeiten müssen und was wir besser machen können. Und vor allen Dingen habt ihr im zweiten Spiel jetzt auch die Halle hier im Rücken. Deswegen, da werden wir gleich noch drüber sprechen. Vielleicht Annette, von dir, wie stolz bist du generell auch auf die Mannschaft, dass ihr jetzt gerade diese beiden Spiele, die Laura auch schon angesprochen hat, gegen Suhl und gegen Schwerin doch am Ende so souverän noch gestalten konntet? Ja, ich bin wirklich stolz auf das Team. Es war natürlich nicht der beste Start für die Spielzeuge, wenn wir zu Hause gegen Suhl verlieren. Aber dann haben wir wirklich zusammengefasst und fokussiert auf, was nicht gut ging, was gut ging, wie wir das nächste Spiel erreichen können. Und wir haben uns gezeigt, was wir tun können. Und wir müssen dieses Level aufhalten. Ja, manchmal kann es im Sport ganz einfach sein. Es gibt so ein paar Dinge, die umgestellt werden und sofort werden die Spiele gewonnen. Genauso hat es funktioniert gegen Suhl und auch gegen Schwerin. Laura, du hast es gerade schon so ein bisschen angerissen, hast es auch im Interview nach dem Spiel gesagt, was hat Stuttgart jetzt im ersten Spiel besonders gut gemacht? Ich meine, wahrscheinlich nichts Überraschendes. Ja, wenn man sich die Statistik anschaut, dann sind wir eigentlich in allen Elementen gleich oder sogar einen Tick besser. Nur haben wir ein bisschen zu viel Asse kassiert. Dementsprechend haben die gut aufgeschlagen und das wollen wir natürlich ändern am Samstag. Stuttgart hat, glaube ich, das kann man auch so sagen, in dieser Saison eindrucksvoll wieder unter Beweis gestellt, dass sie eine der besten Mannschaften der Ligen sind. Allerdings habt ihr Stuttgart schon geschlagen, Annett. Deswegen vielleicht die Frage an dich, worauf dürfen sich die Zuschauer morgen in der MBS-Arena freuen? Ich denke definitiv ein großer Kampf und ein guter Volleyball, weil ja, Stuttgart ist eines der besten Teams in der Ligen, für sicher. Aber wir sind auch eines der besten Teams, ich denke. Also wir sind wirklich auf die Frage, wer einen besseren Tag hat morgen und wer mehr fokussieren kann. Aber ich erwarte ein sehr knackes Spiel und wir werden nie stoppen, zu kämpfen. Es wird auf jeden Fall ein enges Spiel, sagt sie. Und was ich sehr schön finde, eine Kampfansage. Auch Potsdam gehört zu den besten Teams der Liga. Deswegen wird das morgen auf jeden Fall ein knappes Ding und am Ende entscheidet wahrscheinlich so ein bisschen die Tagesform. Ganz kurzer Rückblick, ihr seid am Mittwochmorgen angekommen, hattet eine lange Busreise aus Stuttgart hierher. Dann, glaube ich, einen Tag frei. Was habt ihr jetzt gestern und heute im Training schon so gemacht? Yes, we had a free day after the trip. It was really good to recover, have some physio and then we started preparing right away again, since yesterday morning, with weights and some volleyball, tried to focus on what we have to change, what was working well and I think we had some really good training sessions now. Also, viel mit Belastungssteuerung zu tun gehabt. Ein bisschen mit dem Ball gearbeitet, aber auch mit Gewichten. Belastungssteuerung ist das wichtige, letzte Stichwort jetzt an der Stelle, Laura. Wir reden ganz oft von Belastungssteuerung. Ich finde, Alex hat es in der letzten PK ganz gut gesagt. Und zwar hat sie gesagt, es sind Playoffs. Deswegen ist ihr egal, wie viele Spiele es sind. Hauptsache, sie kann spielen. Genau das hat sie ja auch zuletzt unter Beweis gestellt. Wie fit fühlst du dich gerade? Sehr fit. Ne, also sie hat es schon richtig gesagt, in den Playoffs gibt es keine Schmerzen, da muss halt jeder durch. Ja, wir sind müde, aber die sind auch müde. Es ist eine lange Saison und es ist ganz normal, dass es Verletzungen gibt und so weiter. Aber die Trainer machen es ganz gut, so wie die Physios, die helfen uns auf jeden Fall. Ich habe schon gesehen, vor der Pressekonferenz gerade gab es noch ein paar Physioeinheiten. Die Halle ist ausverkauft in jedem Fall morgen. Die Stimmung wird deswegen, bin ich mir ganz sicher, großartig. Gerade noch, es ist ein Samstag. Das heißt, ich hoffe, alle dürften morgen fit in die Halle kommen. Und vor allem auch Platz haben dann danach zum Feiern, hoffentlich. Was erwartest du von den Fans morgen in der Halle? Ja, auf jeden Fall Stimmung, so wie schon beim letzten Spiel gegen Schwerin. Es war richtig geil. Es hat Spaß gemacht und ja, das erwarte ich auf jeden Fall. Dann hoffen wir, dass ihr morgen alle dabei seid, Tickets bekommen habt. Ich habe gerade gehört, die Halle ist tatsächlich so gut wie ausverkauft. Morgen wird sie es in jedem Fall sein. Falls ihr keine Ticket hattet, kommt gerne trotzdem irgendwie vorbei, beziehungsweise viel mehr. Macht den Fernseher an. Sport1 überträgt das Ganze live um 17 Uhr. Und dann hoffe ich, dass wir morgen ein schönes Volleyballspiel sehen, wie es Annett versprochen hat. Und ja, vielen Dank, dass ihr da wart und viel Erfolg euch. Danke. 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 Danke.